Teil 23 Müll Sonntag, 16.50 Uhr Charles stieg mit einem flauen Gefühl im Bauch die Treppe zur Wohnung hoch. In dem einen Arm hielt er den immer noch ganz ansehnlichen Blumenstrauß, im anderen eine Flasche Sekt. Der Geruch von Selbstgebackenem kitzelte seine Nase, und ließ ihn mitten im Schritt innehalten. Rose hatte gebacken. Er flitzte die Treppe wieder hinunter, klemmte sich die Sektflasche zwischen die Beine und hob den Deckel des Mülleimers an. Ein zerbröselter Mürbteig und einige verbrannte Scones thronten auf dem Müll. Ein schlechtes Omen. Es türmten sich immer dunkle Gewitterwolken am Ehehimmel, wenn Rose das Nudelholz herausholte. Seufzend erklomm er erneut die Treppen und war froh, Stimmen aus der Wohnung zu hören. Charles war zumindest nicht der Erste. Er holte Tiefluft, setzte ein Lächeln auf und schloss auf. Fünf Minuten später hob Raymond ebenfalls den Mülleimerdeckel. Chrissy schaute ihm naserümpfend dabei zu. Der Anblick, der sich ihm bot, ließ ihn aufstöhnen. »Was machst du denn da?«, fragte Chrissy verständnislos. »Weißt du, Ma hat schon ewig nicht mehr gebacken.« »Na und? Stehst du etwa auf Selbstgemachtes?«, fragte Chrissy. »Quatsch, Rose knetet Teig, wenn sie sauer ist.« »Da ist die Kacke schon so richtig schön am Dampfen.« »Das Zeug lässt sie dann später im Backofen schwarz werden und schmeißt es in den Müll.« »Hinterher streitet sie garantiert wochenlang mit Charles über irgendwelche hirnrissigen Kleinigkeiten.« »Es ist zum Kotzen, glaub mir.« Raymond wischte seine Hände an der Jeans ab und schlappte zur Treppe. »Es kann aber nicht alles daneben gegangen sein. Es riecht hier überhaupt nicht nach Verbranntem. Im Gegenteil, es duftet ganz gut,« flüsterte Chrissy als Raymond aufschloss. Zwei Minuten später spähte Carlos Schnüffler in die Mülltonne. Der junge Mann hatte sich im Hausflur abwartend in eine dunkle Ecke verdrückt und das seltsame Gebaren von Charles amüsiert beobachtet. Als Raymond jedoch genau dasselbe Verhalten an den Tag legte, wollte er der Sache auf den Grund gehen. Verwundert stocherte auch er nun im Müll. Es schien nichts Interessantes dabei zu sein, und doch hatten die beiden Typen augenscheinlich etwas Wichtiges entdeckt. Unter einem der verbrannten Scones lag ein sonderbarer Prospekt. Er fischte ihn heraus und pustete ein paar Teigklümpchen weg. Kopfschüttelnd las er die Broschüre. Teatime Sonntag, 17.01 Da seid ihr ja endlich! Rose huschte in den Flur. Ich wollte gerade anrufen. Wir sind doch pünktlich. Kann ich dir irgendwie helfen? fragte Chrissy und musterte ihre Tante. Sie entdeckte einen leichten Schatten unter Rows perfekt geschminkten Augen und vielleicht ein paar Fältchen mehr auf der Stirn. Ansonsten war sie tadellos gestylt wie immer. Nein, ich hole nur noch den Tee. Geht schon mal rein! Wir warten schon sehnsüchtig auf euch, begrüßte sie Carlo. Rose will ohne euch nicht anfangen, leider. Ich bin hungrig und uns läuft bei all den Leckereien das Wasser im Mund zusammen, lamentierte Charles mit einem Blick auf den gedeckten Tisch. Eine Vase mit wunderschönen Blumen prangte in der Mitte. Sechs kleine Scones hatten den Backofen überlebt und dufteten vor sich hin. Sie waren hübsch auf einem Tellerchen gestapelt. Rose hatte in Hülle und Fülle Kuchen und Häppchen besorgt, die auf Platten und Tellern kunstvoll arrangiert waren. Sie brachte die dampfende Teekanne herein, füllte die Tassen und alle griffen zu. Charles unterhielt die Runde. Er erzählte im Plauderton von seinem Arbeitstag und erwähnte beiläufig, dass er bei der Innenministerin kochen würde. Wow, bald kriegst du ne Kochshow im Fernsehen. Charles Shield, Mettre 007, mit der Lizenz zum Marinieren, neckte Raymond seinen Vater. Verbale Streicheleinheiten für Charles' Ego konnte Rose im Moment nicht auch noch ertragen. Nein, betont freundlich fragte sie, Schatz, wie war es gestern beim Vortrag des Ufologen? Also, begann Charles, ich hatte da einen praktischen Einfall. Jetzt kam ihm seine Verkleidungsnummer albern vor. Trotzdem schilderte er haargenau, wie er sich in den Journalisten David Niven verwandelt hatte und berichtete in schillernden Farben von seiner Privataudience bei Reading. Rose wurde unter ihrem Make-up blass, sank tief in ihren Stuhl und schob ihren Teller beiseite. Sie brachte keinen Bissen mehr herunter und starrte Charles wie versteinert an. Sie konnte nicht glauben, was sie da hörte. Das lief total anders, als sie es sich ausgemalt hatte. Sie hatte sich gewappnet, erwartet, dass ihre Wut auflodern und sie sich nur mühsam beherrschen würde. Dabei gab es gar keinen Grund, wütend zu sein. Charles erzählte schon von den Aurenfotos. Rose musste widerwillig lächeln. Ein dicker Knoten in ihrem Magen löste sich. Ihr aufgestauter Zorn schmolz endgültig zu einem Klümpchen und verblasste. Das war bedauerlicherweise nicht alles. Aus irgendeiner verborgenen Ecke in ihr kochten Schuldgefühle hoch. Zäh und klebrig. Sie starrte betreten auf ihre lackierten Fingernägel. Nun, euer Reading hat ohne Hemmungen Thesen der modernen Physik geplündert und sich daraus eine abstruse Theorie zusammengeschustert, kommentierte Britta Charles Bericht. Was denn für Thesen? fragte Chrissy kauend. Teile der String-Theorie, antwortete Britta. Wie bitte? Eine Unterhosen-Theorie? Prustete Chrissy und verschluckte sich. Nein, es geht nicht um knappe Slips. Strings sind schwingende Fäden, die einer Theorie nach Grundlage aller Gebilde sind. Dann hat Reading wahrscheinlich doch recht, alberte Raymond. Chrissy und ich haben von den Teilen halt überdurchschnittlich viele. Unsere Strings sind farbig und besonders edel. Dadurch sind unsere Auren überladen und leuchten. Das hättest du wohl gern. Schuld sind alleine eure albernen Ohrringe. Reading ist ein kinderloser Narr. Der Kerl hat keine Ahnung, was sich fast erwachsene Menschen alles an den Kopf hängen, brummte Charles. Weiß einer von euch, wie viele Dimensionen es wirklich gibt? lenkte Chrissy geschwind vom Thema ab. Hey, der Esoteriker hat sein Gutes. Ihr interessiert euch plötzlich für Physik, begeisterte sich Carlo. Chrissy, man nimmt an, dass es neben den uns bekannten Dimensionen noch weitere gibt. Der Mensch kann die Dimensionen vermutlich nicht wahrnehmen, weil sie zu klein sind. Das ist jetzt sehr vereinfacht erklärt. Gut, dass Chiara nicht zuhören kann. Oh, ich komme derzeit schon mit unseren drei oder vier Dimensionen nicht ganz klar, bemerkte Rose kleinlaut. Ich gehe frisches Teewasser aufsetzen. Sie stand auf. Alle starrten auf die halbvolle Teekanne. Kann ich helfen? fragte Charles leise. Er spürte, dass der richtige Moment für eine Aussprache gekommen war. Sie nickte stumm und die beiden verschwanden in die Küche. Unter uns. Habt ihr Schiss wegen Reading? fragte Carlo. Eigentlich nicht, Chrissy zog eine Grimasse. Aber irgendwie ist der Fuzzi ein wenig lästig, oder? Falls er euch noch einmal auf den Pelz rückt, ruft mich an. Ich würde den Typ gerne live erleben. Wolltet ihr uns nicht mit Fragen über Hacker und Konsorten löchern? Ich kann euch am Computer einige Sachen zeigen, bot Britta an. Klar wollen wir. Meine Kiste steht im Arbeitszimmer. Chrissy, komm mit. Raymond sprang auf. Geht schon vor. Carlo und ich räumen ein bisschen auf und kommen gleich nach. Sobald Chrissy mit ihm allein war, stellte sie Carlo unverblümt die heikle Frage, die ihr so unter den Nägeln brannte. Das war Teil 23 von Scromax London. Wir suchen. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scrormax.de Abernach sei. Dir就可以. Alles. Allgemeine. 세.